Ja, beim EZ Torschütze zum 1-0. Super Tor gemacht. Hendrik, vielleicht kannst du dir erstmal schildern, wie es diesem doch erlösenden Treffen für euch relativ früh in der 12. Minute kam. Ja, für uns war erstmal wichtig, dass wir vorne direkt draufgehen. Vor der ersten Minute war unser Matchplan und früh wie möglich halt ein Tor machen. Und das bin ich natürlich froh, dass das mir geglückt ist. War natürlich von den Dingern, die ich hatte, einer der schwersten, aber ist halt schön hinten reingefallen und ich bin froh, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte. Ja, da hast du den Ball schön von der Strafraumkante, kann man sagen, ins rechte Eck, von unserem rechten Eck gezirkelt. Und danach bei den Situationen, hast du zu viel nachgedacht oder was war da los? Hast du noch so zwei, drei richtig gute Dinger? Ja, gut. Manchmal ist halt so ein Tag, wo du jedes Ding wegmerkst. Heute, ja, muss ich weitermachen. Nächstes Spiel kommt wieder und dann treffe ich auch wieder, bin ich dir sicher. Was hat euch der Kalle mit auf den Weg gegeben heute? Was war anders im Vergleich zu sonst? Ja, dass man einfach den Kopf frei bekommen soll nach dem Spiel in Eppelborn, was ja dann schon sehr, sehr bitter war, muss man ja schon sagen, dass wir einfach nochmal Spaß haben sollten und dann heute auch den drei Punkt einfahren sollen, ganz einfach. Und jetzt geht es weiter mit zwei Heimspielen, da ist die Devise klar? Auf jeden Fall. Müssen wir genauso wie heute nochmal ranklotzen, alles geben und dann, ja, klasse halten, ganz einfach. Das klavier ist daspekt vor. So. So. .